Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein weiteres Letztest liegt an. Wir spielen Aperture Desk Job, ein im Moment kostenloses Game von Valve. Und das passt ganz gut, denn ich spiele ja im Moment in einer Koop Portal 2. Und ja, habe ich mir gedacht, schaue ich da einfach mal rein. Das Spiel wird nicht mit Tastatur und Maus unterstützt. Das heißt, ich musste meinen Controller mal wieder rausgrabbeln. Und ja, mehr weiß ich nicht. Das heißt, wir testen jetzt gemeinsam. Look at all those tubes, stretching off in the distance. Every one of them is taking something important to a genius who is going to use it to change the world forever. A genius just like you. How are you going to change the world? Well, that's up to you. History will remember what you do here today. Do not let us, and by us I mean all of us, all of humanity, down. So congratulations, you are about to take part in the greatest science adventure at the greatest applied sciences company on earth. This is important work, and you are just the genius to do it. God gave you these gifts. I'm giving you the opportunity to use them. Well, here's your lab. I don't mind telling you, we're excited up here. Moon landing excited. Newton, Einstein, now you. That's not right. I think I put the wrong tape in. Hold on. Good luck, world's best science. Okay, here we go. You, in the overalls. Get to work, or you're fired. Dad, I don't give out overalls anymore. Anyway, my name's Grady. You can call me that. I mean, let's do introductions later. You should really already be... Honestly, I'm surprised you're not fired already. Anyway, you are a product inspector. That is your inspection desk there in front of you. You will be inspecting, uh, okay. It doesn't say. Anyway, something is going to come down the conveyor belt, whatever it is. Make sure it works. Once you've done that, keep doing that. That's the whole job. Anyway, just remember, the important thing is to have fun on your own time before you come in. Otherwise, it's just, I don't know, it's, it's real bad here. It's fine. You'll probably be fine. Good luck. Ja, also, Produktprüfer. Passt. Sehr schön. Und dann drücken wir jetzt mal die verschiedenen Tasten. Ah, das ist, ach, die Steuerdinger sind das. Okay. Und die beiden oberen und das sind die beiden unteren von der Tastatur. Okay. Äh, nicht Tastatur, sondern Steuerhebel. Also, wir haben eine Toilette. Die müssen wir jetzt prüfen. Und schauen wir mal her. Wasser rein. Geschafft. Aufklappen. Okay. Machen wir jetzt. Okay, Druck aufbauen. Eine Ladung reinsetzen, sozusagen. Popo spülen. Und abziehen. Hey, das scheint zu funktionieren. Also, probieren wir nochmal. Das hat geklappt. Jetzt bauen wir wieder Druck auf. Die Popo Sprinkelanlage funktioniert. Cool. Bin mal gespannt, wie viele wir machen müssen. Jetzt wird's ein bisschen schneller. Ich denke, uns wird da gleich irgendein Fehler passieren. Ich weiß es, ich weiß es. Ich habe die Volumen. Das ist wie Sie die Toilette inspektieren. Ich hoffe, Sie sind beantregen, denn ich sage das niemals. Es ist nicht rocket-science. Es ist nicht Toilette-science. Hier ist alles, was Sie wissen. Hier schieb ich weiter. Muss ich jetzt aber dann die alle Tests durchführen, oder kann ich nicht wusste? Ich meine, dein Job ist schlecht. Ich meine, dein Job ist schlecht. Hört ihr das? Hört mal, lass mich mal schauen. Hört mal, lass mich mal schauen. Oh, okay. Just test it. Get it out of here. So, first off, I think we're in a lot of trouble here. Now, I also think we're gonna be rich. Because I think you just admitted something. Okay, here's what we're gonna do. I'm gonna go work on this. In secret. Just, you go back and pretend to go back to work, right? Like, it's gotta look good. I mean, just pretend the most you've ever... You know what? Just go back to work, actually. Yeah, that works. I'll be back. Ähm, ja, okay. Ich hab schon eine Idee, was jetzt funktioniert. Ach, doch nicht. Ja, okay, gut. Oh, per Gott, ist ein Peterhund. Hübsch. Six months later. Ja, ich spiel auf Deutsch und hab dann hier... Naja, egal. Oh, gut. Hey, I'm back. Yeah, I'm back. Uh, first off, you did awesome pretending to calibrate all those toilets. The best. All right, are you ready for this? Presenting... Press, you gotta press the button. Presenting... Press the, yep, button. Presenting the Aperture Science Turret. Go on, take it for a spin. Ist nicht wahr, ne? The controls are right there on your desk. I mean, right. The controls are right there. Okay. Ja, and I haven't even shown you the best part. Here's the best part. Ich krieg mich nicht mehr ein. Left trigger to open the wings, right stick to aim, and right trigger to shoot. Give it a shot. What? Shooting! You know what, though? I mean, you're definitely gonna kill yourself with it pointing at you like that. So let me just turn it around. All right, shoot again. Don't worry, it's safe. I mean, this time. This time it's safe. Last time it wasn't. You almost died. Ich trau dem nicht. Wow, holy moly, man. That is great. Oh, man. The turret broke. That was the only one, too. But don't even worry about it. Because here's what I've actually been working on. Ta-da! Introducing the Mark 2. Yeah, it was lovely. This is what I spent most of the six months on. It was one month for the first turret, and then like five for this bad boy. Oh, man, you gotta take my picture with this. The desk should have a camera gulped into it. Are you taking the picture? Okay, good. Moment recorded for all the history books. Now for the fun part. You are gonna take it for a spin. Here, let me turn it around. Okay, normally I'd walk you through everything, but I think you get it. Let's just open everything at once and see what happens. Oh, God. Okay, go crazy. All those controls do something. Oh, je, mini. Oh, also? Wow! Right? Oh, this is great. This thing shoots so good. Okay. A part fell off. Keep going, though. Okay, go crazy. Okay, go crazy. All those controls do something. Okay, something else fell off. You can still shoot everything else. Don't even worry about it. Also, some of the creatures are shooting at. I bet it's the glue. I'm 99% convinced that. Ah, that thing. I don't even look cheap, when I bought it. Okay. I remember looking at it like, ah, it's been an extra dollar. And yep, here we are. Okay. In der Kombination geht's nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. War ich nicht. Reinigungsdienst in Gang 3 bitte. Einige von uns müssen, um diesen Turret zu streamen, und ein von uns müssen, um den Fall zu schütteln, um das Werkzeug zu schütteln. Denn das ist viel Schmerz und sie werden darauf achten. Welchen Job willst du? Wie kann ich einen Turret fixieren und du? Ja, ich mache das. Wenn jemand fragt, dass ihr mich nicht kennt. Okay? Nicht sagen nichts. Hey, ich meine, wow, du bist der Beste. Danke für deine Hose zu schütteln und deine Zeit. Ich meine, es war mehr Zeit als wir uns zu erwarten. Ich weiß nicht, was in die Boxen war, aber sie waren, wow, sie waren verrückt. Ich versuche, dass du das nicht vergleichst. Jetzt, wir rauskommen. Ich versuche, dass der Offender schüttelt die Regeln der Institutionen, der Offender ist, wurde zuerst verabschiedet. Bitte signiert für Ihre Positionen. Inmates' Positionen sind wie folgt. Desk 1. Inmate must state their name, print their name, then sign their name. After the tone, state your name into the desk. Inmate must state their name, then sign your name, then sign your name, then sign your name. Inmate must state their name, then sign your name, then sign your name. Hey. 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 Hey, don't listen to her. You don't need to worry about reporting to your parole officer. Guess who spent the last 18 months getting his probation agent licensed through the mail? Yep. Me. That's right. I'm your parole officer. I mean, not just you. I imagine like 7 guys on parole right now. But they're basically reintegrated back into society. Well, not Tony. He struggled a little, but anyway. That's all I was doing. I got something to show you. Let's get out of here. It is never too late to meet. You are both free to go. Oh, bring your desk. Okay. I streamlined the turret while you were gone. Introducing the Mark III. Tada. So I got rid of all the parts that fell off and just kept the stuff that worked. I mean, it was totally over-engineered, so it just does one thing now. How it shoots? It didn't need a satellite dish. That was just dumb. Here. Try it on these appliances that I found. They were just lying around in the house where the research department, in a locked room. Okay. Dann wollen wir mal. Ups. It's just like the Mark I. Left trigger opens the wings. Right trigger to aim and right trigger to shoot. I can't. I can't. I can't. I can't. Äh. Sorry. I like that tattoo on your neck. Did you do something to help you? Does it. Is a dragon? Do you know? Is it a din genetic or two? A new thing? arterial to select, the more I think in my background we should both have this. Because then we will get tattoo brothers. If anybody will look at us and know that we are friends. Do you think you give me the same tattoo and that you are,lli. do you think you give me the same tattoo? If you don't like it? No one. Warte einfach, bis die hier alle hochkommen, schieß die hier ab. Dann reicht das. Okay, gut, das ging ja gut, einigermaßen. Okay, also hier und dann so. Das habe ich doch die ganze Zeit gemacht, wo sind da jetzt so unterschieden? Das ist doch kein Unterschied, das habe ich doch gerade die ganze Zeit gemacht. Trotzdem kann ich es nicht. Schieß einfach jetzt in der Mitte, ist für mich einfacher. Ich würde hier nicht lachen, dass ihr das besser könnt, das glaube ich locker. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe das Beste für die letzte. Und während du in der Kälte bist, habe ich uns ein Gespräch, um unseren Turret zu Kave Johnson zu zeigen. Das ist richtig, der Verwahrer der Firma. Kein Druck, aber wenn du das magst, wird er uns immer wieder riecht. Immer wieder. Bist du bereit? Los geht's! Klar, und an mir soll es jetzt liegen, das Ding vernünftig vorzuführen, ja? Toilette mit Schuss. Oh! Oh! Eine Welt entsteht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Allerdings in so einem Schließfach. Ähm. Achso. Ein Nu? Was kannst du mit deinem Geld machen? Ich weiß, was ich mache, ist, Geld zu verdienen, um diese Turret zu verdienen. Wie, sofort verdienen. Oder ich werde, ich meine, ich werde in ein paar wirkliche Probleme. Plus, das VIG, ich werde das auch bezahlen. Es macht Sinn, dass das VIG ist mehr als das, was ich in der ersten Zeit habe? Es scheint nicht zu sein, wie es... Oh, nein! Was habe ich mich jetzt erschrocken? Halt! Warte! Was? Was ist das? Ich hab die Ecke von Hauswaren? Was? Was? Mann, er hat diesen Terror gut, hm? Gut, dass ich ein paar Sparer bringe. Ich wusste es! Es ist der Hauswerksdepartement! Wie haben sie sich über unsere Erdbeeren gefunden? Ich kann es nicht glauben! Sie haben unsere Idee verbraten und jetzt werden sie uns mit ihnen töten. Die Hauswerksdepartement... Was soll das denn gehen? Ich meine, es ist nicht wirklich ein Ambush anymore. Wir wissen, dass sie kommen. Aber ich glaube nicht, dass sie kommen werden. Wir müssen über etwas anderes denken. Hey, nur die Waschmaschinen werden gewendet. Doch nicht! Ich glaube wirklich, dass sie kommen werden. So was geht nicht. Ich krieg's nicht. Was gerade mal zweidimensional ist, dann kriegt das noch hin, links, rechts oder ein Jump and Run. Was haben wir überhaupt noch damit gemacht? Aber doch nicht sowas. Jungs, Mädels, dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich eindeutig zu alt, das krieg ich nicht hin. Und ja, mir fehlt oft die Übung, aber ich bin halt ein Controller. Äh, kein Controller. Oh, da gibt's noch zwei. Ah, warte. Oh, Knopf. Ich glaube, das war meine Rettung. Ich habe den Elevator wieder gearbeitet. Wir haben noch mehr 80 Flasen, bevor wir in der Cave kommen. Wir werden nicht mehr 80 Ambushen überleben. Ihr Desk sollte ein paar Button auf der Unterseite haben. Diese füllen die Röcke, die in die Desk wurden. Sie setzen die auf der Standard. Jetzt sind wir hier, jetzt, für safety reasons. So, if you hit all... Automatic death running. Here we go. We are going to launch. Ten. Nine. Eight. Seven. Modesty panel set to flight configuration. Three. Two. One. We have liftoff. Two. 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 Okay, really nice work. Good shooting. I think we're good from here. They probably gave up. I've given up by now. Okay. Let's go show this thing to Cave. Okay. Let's go show this thing to Cave. Also, I do have one quick confession. I didn't actually get an appointment with Cave Johnson. I lied about that. But it turns out, I didn't know this, it turns out nobody's seen him in years. I did know it when I lied to you about our appointment. But it was still pretty new information. Anyway, I'm not gonna lie to you anymore. I think he might be a millionaire recluse now. So, be ready for that. There might be a lot of jars. Hello? Mr. Johnson? Uh... Moin. Let's just go in. Mr. Johnson? Mr. Johnson? Are you here? Hey there. It's me. Cave Johnson. No, no. Not behind the giant head. I am the giant head. I'm gonna level with you. A few years back, I got real sick. Body riddled with disease. I was a goner. Threw every dollar I had at it. Told those eggheads, hey, eggheads. Make me live forever. Now, I know what you're thinking. You gave the smartest engineers on earth a blank check to make you immortal. And this is what they came up with? A giant head? Off. By a mile. No. They figured out how to put my consciousness in a computer. That's what's in the giant head. Their first plan was to put me in a regular brain-sized computer. Then they'd put that in a robot body and hey, presto. Well, turns out you can't fit an entire human mind in a computer that small. All I could do was tell time and know what my name was. So, they kept making it bigger. Big enough to cram every last bit of me into this thing. What happened to my robot body? Still under the head. Somewhere. All crushed up. Couldn't support the weight. So, the lab boys put me in the big head. Switched me on. And, I don't know. I panicked. Killed a few of them. Said I'd kill more if they ever came back. Honestly, I regret that now. Anyway, that was four years ago. Been trying to get somebody's attention ever since. Get their butts up here and end my suffering. Now, don't worry about me. It's been a full life. But, we're done here. I'm itching for the next step. Heck, I'm excited about it. Don't even think of it as killing me. You're breaking me out of prison. I'm just data now. I need you to crack this big clay head open so I can spill out into the universe. So, what do you two eggheads got? Uh, you, uh, you are in luck. We actually came up here to show you our new invention. Good stuff. Let's see it. Show them, partner. Um... Well, I'm waiting. Look, I get it. It feels weird to shoot at the boss, but it's what he wants. Nee, nee. Ich hab... Ich will den auch nicht da befreien. Wer da jetzt drauf schießen? Bringt nix? Ich wusste den... Na gut, okay, dann. But look, yes, he is our boss. Woah, that'll work. I'll be honest. I thought you were two lunatics who dragged a toilet up here. You are Jesus. He called us Jesus. Oh, no. What? You were made of metal, sir. So shoot the metal. Der schießt auf das metal, na gut. Is it working? I'm in the head, I can't see. It's working great, sir. It doesn't feel like it's working, but... Endlich von irgendwelchen Querschläger getroffen. Ja. Hey, you see that? It's... One hell of an invention. You did it. You figured out how to end my suffering. Alright. Suffering ended in three... ...two... ... Backup power activated. You're both fired. I'm gonna need your key cards. Just lay them down in front of the head. Not too close to the chin, or I won't be able to see them. Uh-oh. What? Just... You know what? It just occurred to me... ...that the only person who knows Cave Johnson... ...asked us to kill him is... ...now dead. Yeah. Do you know what the punishment for murder is? They told us in parole officer school... ...you're not gonna like this. Uh, it's life. Your whole life in prison. We should... Yeah. We should leave. Don't touch anything. And bring the desk. What? Wait. Oh, noooon. Oh, noooon. They were also in Mitleidenschaft gezogen. Oh, noooon. Oh, noooon. Back to basic. Wo alles anfing. Gary, Gary, your boss. Keep inspecting those toilets. Good work. Good stuff. Good. Hey. It's just me. Great. Yeah. Just like yesterday. Man. This witness protection program is great. I don't know why we didn't turn state's evidence against those loan sharks in the first place. We don't have to pay any of the money back. We got cool new names. I like yours a lot, by the way. You know. Come to think of it. You think they'd move us to another state or give us new jobs or something. Feels like everything is exactly the same. Except our first names. Ah, you know what? They know what they're doing. Anyway. See you tomorrow, Charlie. Okay. Out. Here landen also alle Toiletten. Und der Boss. Komm, hier passiert doch was. nine, two, five. One, two... کhem per ke dream. So, how you got to shout. Georgeau is the only one that shocked me to do than anything. That's the right, dude. Gangsterektor culture plays for us. Theirdrex detects the following Stay Geys. People sing to you. für uns. Ja, so nach dem Motto. Danke, dass ihr uns weich gespült habt oder so. Keine Ahnung. Ja, was ich von diesem Spiel halten soll, keine Ahnung, aber ich denke mal, es war eine kurzfristige schöne Unterhaltung. Lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat und dann schauen wir mal, wann und wie und wo wir uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Sam. Ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.